Er musste jetzt unbedingt von hinten kommen und mir den Pöter sauber machen. Kinder, ihr seid ja immer noch da. Wildfire Mission, guck mal hier. Tschüss. 25 Kills mit AKM4 oder M4A1S. Läscherlich. Weniger so, mehr so. No problem for me, my fucker. Ey, ich wollte mir doch... Ey, jetzt ist meine Kaufperiode vorbei. Super, ich brauche doch eine Waffe, um diese Mission zu erledigen. Was ist das hier für eine Map überhaupt? Die kenne ich ja noch gar nicht. Also, da unten steht es. 25 brauche ich noch. Jetzt brauche ich noch 24. Boah, du Held. Du kleiner Ficker, Mann. Er dreht sich um. Nein, bring mich bitte um. Schnell, 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 schnell. Bring mich bitte um, hallo. Ich bin zu dumm, um die scheiß Waffen einzustellen. Bring mich da um. Was? Kann man nicht mehr in Ruhe die scheiß Waffen einkaufen hier? Verfick das Huhn, ey? Bring mich um. Oh mein Gott. Und jetzt will ich nichts hören. Und jetzt kennt mich doch nicht der erste, wo ich die scheiß Waffe habe, Mann. Aber regt euch mal ab. Kommt mal runter jetzt, okay? Oh, fast ein Triple, Mann, wenn ich verschissen noch mal die andere M4 gehabt hätte. Die mit zehn Schuss mehr drin. Wenn ich da... Wird ja schön. Wuhu. Wow. Er ballert direkt mit dem Eck, wie so ein Wahnsinn. Er ist doch. Da ist doch kein... Oh, doch. Yeah. Wie brauche ich... Oh, nein. Scheiße. Wie brauche ich noch? Sech... Äh, 19. Lächerlich. 19. Das ist so wie 20, nur eins weniger. Lächerlich. Oh. Oh, da oben stehen sie im Headpitch da. Vielen Dank. Der Herr. Okay, okay. Gut bleiben, gut bleiben. Wupp. 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 Wo sind sie? Er stellt sich einfach vor, mich und beschützt den Gegend. Oh Gott, Mann. Nicht mit dem Waffen spielen, wenn man rumrennt. Aber ist nicht schlimm. Boah. Ja. Er spawnt woanders. Alles klar. Null. Er hat null getroffen. Krass. Auf die Range. Mit der Wumme. Haben wir lieber. So, noch zwölf. Sollten kein Problem sein, ja? So weit, so gut. Noch elf, glaube ich. Zehn nur noch. Ach Gott, ich bin zu gut. Oh. Na, Zagerdad. Ja. Jetzt geht da mir ein Lucky Hatter, Mann. Er ist so höflich. Oh. Da hat er mich nicht gekriegt, Mann. Der Sack. Da hat er mich nicht gekriegt. Nice, Mann. Na. Nice. So, noch sechs. Ach, hier. Ah, ich hab beide. Oh. Oh, danke, Leute. Jetzt helfen sie mir. Geil. Hallo. Nein, von hinten. Er musste jetzt unbedingt von hinten kommen und mit den Pöter sauber machen. Aber naja. Immerhin ist er jetzt sauber, wisch. Kann man halt auch nicht jedem, jeden Hesse mit sauberem Popo do. Pop, pop, pop. Oh. Ich fass es nicht. Voll die Kills geklaut. Komm, schnell, bevor irgendwie die Zeit abläuft. Oh, noch zwei. Und. No. Alle geschafft. Ja. Und dann werde ich direkt von hinten gebumst. Cool. Komm, dann kann ich noch ein bisschen Auto-Weapon-Switch anmachen. Oder Ding, wie er ist. Ihr wisst schon. So, schön mit der Mach 7, Alter. Damit klotze ich richtig hart ran. Pass mal auf. Bam. Mhm. Leute. Hello. Bam. Okay, Pistol-Time. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Scheiße. Okay. Nova. Ja, natürlich. Aber schon 163 Games drauf. Kann man nicht sagen. Ja. Mit der Nova ist schon einiges geschehen. Nein. Oh, ho, ho, ho. Was für ein widerlicher Kampf gerade eben. Den hätte er eigentlich verdient zu gewinnen können, der Kollege. Oh. Den habe ich verdient gewonnen. Oh. Ich war voll drauf, oder? Muss ich mir gleich mal in der Zeitruppe angucken. Jetzt schwimmen können ich was. Aha. Aha. De. Wow. Mhm. Daumen hoch, sonst breche ich euch die Daumen ab. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Vielen Dank.